In der letzten Folge von The Bloody Hospital. So, wir filmen jetzt natürlich auch mal ein Zimmer. Boah! Ist aber ein Einzelbettzimmer, ne? Man kann das auch abnehmen, so was. Nein! Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, ne? In den Neubau. Geht's da durch oder so? Ich glaube, da vorne war Mensa oder so was. 24 Stunden Videoüberwachung. Ja. Das sieht aus wie der OP fast. Ja, das ist OP. Hier ist... Ich denke auch noch ein OP. In der heutigen Fortsetzung wagen wir uns in die unheimlichen Tiefen des Krankenhauses. Aber das ist erst der Anfang. Nach einem schaurigen Besuch im OP betreten wir die dunkle Leichenkammer im Keller. Wo die Schatten schwinden und die Stille bedrohlicher wird. Doch unser Albtraum ist noch nicht vorbei. Wir hetzen durch die dunklen Gänge des Krankenhauses, um unser Auto vor einem Strafzell zu retten. Und als ob das nicht schon nervenaufreibend genug wäre, werden wir noch von einem gruseligen, bedrohlichen Mann verfolgt. Wenn ihr solche heftigen Videos nicht mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und helft uns, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Liked das Video und kommentiert, was ihr von diesem außergewöhnlichen Ort haltet. Viel Spaß mit dem Video. So, ich gehe mal den großen, großen Tiefen. Oh, das ist Krankenwagenzufahrt, ja. So, ich gehe mal den großen Tiefen. Das sind die kleinen und auch die Nachbarme. Aber hier sind Bettenanschlüsse. Ja, normal, hier sind ja auch Betten drin. Jetzt lassen wir die Räume, wo die Leute noch aufschütteln. Jetzt haben wir den Kabel, wo wir noch aufschütteln. Weil dann kommt der richtig Wind hoch raus. Juhu. So sind das. Das sind so dicke Schrauben, die kannst du in die Wand zimmern und dann kannst du irgendwas anderes da dran schrauben. Ist eigentlich auch geil, ne? Das ist voll heftig, das. Hier kannst du was mit der Mutter drauf schrauben. Fühl mal, was da für kalte Luft kommt. Ja, ich weiß. Ich merke das. Auch wenn es schon wieder interessant ist, ne? Aber renne ich jetzt nicht. Wind. Wind. Ich weiß nicht, ob da oben gerade mal Auto zugemacht wurde. Ja, das ist das, was ich mir auch schon gehört habe. Wir haben das auch. Ich glaube eh schon nicht, dass wir hier ganz alleine sind. Aber als ob hier einfach ein Fenster ist. Bei 10.000 Abonnenten machen wir das. Ja, durch den Kabel kann er rennen. Bei 10.000 Abonnenten ist das fair. Ich kann dich hören. Prozess-Tabelle, ich kann dich hören. Nicht Situation. Ja, Not-Situation. Ich muss meine Dusen mitnehmen. Junge. So, ich würde sagen, wir müssen erst hier lang. Weil da sieht aus, dass wir da weitergehen. Geil. Was ist hier so? B oder so? Leute, hier sind ja erstmal Toiletten. Aber Toiletten für das Personal. Und das Zahlenschloss ist fett. Warum ist da überhaupt ein Zahncode für den Scheiß? Ja, damit dann nur das Personal aufflucht. Kann man dafür keine extra Schüssel nutzen? Kann man, aber dann muss jeder den Schlüssel haben. Ja, und so muss jeder den Coach haben. War schon lustig. Was steht denn da drauf? Was ist denn das alles? Ja. Wtf? 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 Oh, ich glaube, ich habe die OPs gefunden. Die richtigen OPs. die glas rolle lecker leute man denkt die ganze zeit okay das war es soweit mit dem krankenhaus du gehst um die ecke und hier ist alles unter wasser stimm das könnte sein direkt nach dem op da ist wieder fenster das blut drauf auch noch drin ist um gar richtig guck mal da wurde von irgendjemandem wurde da blut abgenommen und einfach liegen gelassen aber man sieht hier wurde von irgendjemandem blut abgenommen ich weiß nicht einfach liegen gelassen oder so heftig könnte auch stroke unit sein ne schlack amperstation und sowas aber wir haben schon mal den spannenden Teil gesehen ja außer gleich noch die leichenkammer das zählt noch ja ja ich müsste eigentlich hier unten sein na leute das ist so ranzig schimmel guck mal hier ist wasser guck mal wie eklig hier ranz das ist eine intensivstation ja ach das ist ein folie folie und dann intensiv sorgen bitte kuchen intensiv sorgen mal riecht hier alles nach schimmel ne das ist ja auf Dauer nicht mehr also leute es ist echt eklig ich glaube wir müssen mal langsam nach oben wir müssen mal langsam nach oben ansonsten brech ich hier gleich aber sonst brech ich hier gleich ab weil das geht nicht mehr Alter 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 Kuh rüber Rauch hier Aber du füllst Partikel im Mund Boah jetzt riecht es nur noch nach Pisse Boah es wird nicht besser Leute Aber hier sind schonmal mit die Klaments und sowas drin Leon wir müssen hier raus sonst geh ich komplett raus Lied der hier drinnen? Ich weiß nicht ob der ist Aber ist zu heftig Auf jeden Fall steht da der Kau und alles eingedringt Ich wollte jetzt nicht tiefer da reingehen Dem wollte ich das nicht unbedingt nachmachen oder Hier ist Treppenhaus Da könnten wir schon mal nach oben gehen Treppenhall Aber hier ist schon mal die Luft gut Lift Hier geht es Richtung gleichen Kammer Oder was ist das? Hier ist auf jeden Fall Intensivstation Lift Das war zu viel mit dem Schimmel Wir haben uns da viel zu lange Aufrake aufgehalten Wo der Obdachlosen Zimmer da hat Das ist halt an dem wärmsten Punkt Und da ist halt auch dann Schimmelbildung Mit Wasser und Wärme Werkstatt Guck mal Mein Akku ist sogar gleich schon leer Und ich befürchte das gleich Die Aufnahme Meine Speicherkarte schon voll ist Deswegen für einen Lost Place Also Leute wenn das Lost Place zu lange geht Werde ich das auch in zwei Teilen Ja Das war das was wir auf den Bildern gesehen haben Nur dass das noch vorher besser aussah Ja ja Da meinen die ja das lohnt sich gar nicht mehr hin zu kommen Nein Sieht trotzdem geil aus Ja Da werde ich auf jeden Fall Kommentar dazu da lassen Und egal ob alles offen ist Alles so billig ist Aber im Keller Und ob das unser wohnen Und Alles absolut voller Schimmel ist Ja und Ja das ist Kann man auch noch Das riecht nach Alkohol hier Ja das riecht nach dem vergammelten Kühlschrank Oder der ist ja nicht vergammelt Aber das riecht nach alten Kühlschrank Weiß ich nicht Das riecht irgendwie nach Alkohol Also nach so Jim Beam oder sowas Ja Wie leise willst du sein? Ja Dann gehen wir gleich nach oben würde ich sagen Oder? Ne wir sind im Haupttrakt würde ich Boah da fängt auch schon der Schimmel an ne Danke sehr Auch Das Haus Das wird Was? Was ist das? Ich bin zu tief in Phanmamra Ich bin zu tief in der Südkstation Ich bin zu tief in der Südk Regierung Weil hier ist ein Kühlgerät, die Schienen. Heftig. Das sieht aus wie ein ganz frühe alter OP oder sowas. Ja, da hat es gerade richtig laut an der Tür geknackt. Ich habe mich so dämmer aufgeschoben. Ja, da muss ich jetzt noch einmal rechnen. Alter, was gibt es da? Siehst du, Manuel, ich glaube von der Garage, jetzt wären wir hier gleich richtig reingekommen. Da sieht man das Loch. Weil wir sind gerade gleich mal angestammten. Wir stehen hier von einem Krankenhaus in der Leichenkammer. Jetzt kommt die Zimmer weiter. Dann gibt es kein Obdachloser. Und Manuel müsste dann vor der Türe, vor dem Obdachloser mit Akku wechseln. Und ich werde hier genau arbeiten. Also der Fakt ist, wir sind immer noch nicht alleine. Es riecht nach Alkohol und... Wir sind nicht alleine, weil... Du kannst ja gerne da reinlaufen und den angucken, aber nein. So ein bisschen Privatsphären sollte man da doch halten. Solange der einen nicht umbringt. Ich habe gerade was raschen da hinten gehört. Könnte sein dasselbe, der liegt da oder so. Ja, der hat doch irgendwo nur den Akku gewechselt, hat voll laut geackt. Deswegen bin ich ja weggelaufen. Achso, ja. Wir müssen hier ein Treppenhaus hoch. Und nicht nur noch die ganze Zeit im Handel. Alter. Das ist das Zimmer. Und er muss vielleicht jetzt vor der Türe gehen und wegziehen. Ja. Nicht verboten Togang. Das ist einfach ein Togang. Wissen Sie, die haben hier wieder so eine Scheiße gemacht. Guck. Die Regipswände hier reinziehen. Ins Treppenhaus. Was ist denn das jetzt hier? Achso, das ist ein Tisch. Normaler Tisch. Weißt du, wo wir jetzt wieder sind? Da, wo wir gleich rausgekommen sind. Wenn du da das Fenster guckst, siehst du das. Jetzt immer wieder auf derselben Höhe. Da hinten fliegt du den Tau rüber. Und das ist einfach so. Warum sieht das Auto da so komisch? Achso, das ist Hackplatz. Wenn du so guckst. Security. Nur das eine Auto sieht. Hier ist geil. Dann fällst du hier hinter der Rand. Das stimmt. Ne, ich finde hier unten im Wandschrank Dinger. Das Hof da drüben ist gerägt. Das ist das andere. Ne. Also dahinter. Ja, das ist da hinten. Das ist weit genug weg, ja. Wir sind in der Safe Zone. Jetzt muss man nur auf der Seite aufpassen. Also wir hätten schon mal einen festen Schafplatz, falls nichts klappt. Falls wirklich gar nichts klappt. Aber ich glaube, dann sind wir auch schon wieder zu weit in Belgien rein. Das sieht hier irgendwie voll wohnlich aus. Kann das sein, dass jetzt hier so eine Reha-Teil ist oder sowas? Also so eine eingebaute Reha im Krankenhaus. Weil guck mal, das sieht nämlich hier sehr, sehr wohnlich aus. Also jetzt sieht jetzt auch nicht... Das ist noch weniger gewesen. Hä? Das ist auf jeden Fall vielleicht Privatstation. Könnte sein, ja. Privatstation könnte sein. Boah. Das ist aber schon gruselig, wenn du hier so bist. Ne. Und wenn du dir bedenkst. Ey guck mal. Du bist hier, ne. Und direkt unter dir ist einfach die scheiß Leichenkammer. Ja, das weißt du ja als normaler Besucher nicht. Ja, ich habe schon andere Sachen gesehen. Ja, Locate. Wenn du dein Begriff musst. Ja, sie sind ganz Buenoomache. Das kannste hier rein und dahinter müssen wir mal gucken. Gelb, grün. Knopf. Drücken. Zzzzzzzzzzzzzzzz. Ist jetzt ja schon als Eins? Aha. Ich habe die Achtung. Ich spiele Glattezjai. Ja, jetzt habe ich das Mikkel getauscht. Boah. Da haben wir die Führer eingetreten. Oh, das sieht wohnen in der Ause. Ganz wohnen. Parkautomat. Manuel, du musst dein Ticket ziehen. Ich hab gleich eh ne Angst, dass ich gleich ne Knulll das hab. Ich hab gleich eh ne Angst, dass ich gleich ne Knulll das hab. Ja, du musst aber hier einwerfen und dein Ticket für den Parkplatz ziehen, ne? Hier, wechsel, geh. Das ist der Pinning. Pinningautomat. Hier vorne wirklich aufpassen Kameras gegebenenfalls. Weil das ist schon heißes Gelände. Ja, ich filme hier. Ja, genau. Äh, wo lang? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht wie man hier rüberkommt. Ach, da. Da. Nein, geil, guck mal. Ja, geil. Sieht nach BMZ aus. Ja, ne. Find ich eigentlich auch. Ja. Heftig, Leute, das Beste ist das hier. Ja, Element. Ja, mega geil. Nee. Und aber auch überhaupt nicht laut, ne? Nein. So. Boah, das sieht da heftig aus, jo. So. Ich nehme gerne mal hin. Sieht so nach ganzen Akten aus und alles. Heftig. Wenn du da Bock drauf hast, ist es zu diskutieren, weil die schreibt jedes Auto auf. Aber nicht hier auf dem Parkplatz. Doch. Jetzt läuft sie zu dem Auto. Die zwei Autos hat die gerade. Das Auto schreibt jetzt auf, dass da nebenher nämlich auch. Ah. Schreibt jedes auf. So. Dann spring ich da hinten aus dem Fenster. Wo die mich nicht sehen kann. Ja. Das ist, Leute, das wird jetzt die beste Aktion ever. Der muss das Auto wegfahren. Nein, warte mal. Ich fahre einfach einmal dreißig oder so. Oh. Aber hier ist doch gar keine Parkschelze. Nicht auf dem Parkplatz. Wenn man hier runter geht, war da irgendein Fenster auch? Nee. Doch. Die Garage. Ja, ich kriege jetzt nicht irgendeine Fenster noch. Die kann man auch rausklettern, oder? Weiß ich nicht. Mach mal hier. Wie war das Garage da? Äh, das ist schon höher. Das ist schon behindert. Das ist schon noch behindert, ja. Ach nee. Die ist gleich am Auto. Ja, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Ich hab' ich gehört, wie laut das war. Ich hab' ich gehört, wie laut das war. Ich hab' ich gehört, wie laut das war. Wie gesagt, wenn sie es sofort sagen müssen, dann... Ich bin auch zu Schiss. Ich bin auch zu Schiss. Gut, Leute, hier ist jetzt noch... Jo, was war das? Das hier. Was ist das? Oh, Kabel. Eine Leine. Hä? Ist das Zahnseide, oder was? Hä? Ist das so Zahnseide, oder nicht? Junge, ich wedel da nicht, Alter. Das sieht schon... Sobald die Vorhand sich dann wieder nicht bewegen, siehst du sofort alles. Da steht tatsächlich ein Parkschnellautomat auf dem Parkplatz, glaube ich. Aber... Nee, die stehen davor. Ich weiß nicht, was das Schwarze hier links ist. Die sind davor. So, warte mal an. Ja, da gehen wir an. Kannst du mal da schon? Nee, bitte nicht. Irgendwann kann ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen hier nach ganz unten. Weil da kommst du nämlich, glaube ich, noch wieder raus. Weil da ist die Rotaufnahme. Warum nehmen wir eigentlich das komplizierte Zahnseide raus? Jo, Junge. Wer hat hier Langeweile gehabt, ist die Frage. Das ist ein riesen, rundes Geländer. Erstens, wo kommt das her? Zweitens... Nee, das ist gebogen. Das wurde gebogen. Das ist nicht rund. Ja, gut. Ja, gut. Aber trotzdem. Ich habe gerade wieder Schritte von der Tür gespürt. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Das ist wahrscheinlich so. Ich würde mich jetzt nicht durchführen, weil die Politische uns gehört hat. Die hat jetzt die Polit hier gegängt. Da oben sind aber auch Kameras. Das war unten, das war unten. Wir sind ja nicht alleine, Leute. Was ist denn, du Scheiße? Scheiße, scheiße, scheiße. Da. Das war kein Problem, wahrscheinlich du. Was ist denn eigentlich? Fuck. So, wir jetzt rennen. Ich weiß nicht, lauschen, lauschen. Scheiße. Leute, ihr habt es gerade gehört. Wir müssen es jetzt auf jeden Fall gehört haben. Auf jeden Fall. Ja, komm. Ja. Wir müssen zugeben, wie ihr auch an meinem Blick seht, wir hatten noch nie so eine Angst wie in diesem Moment. Wir wussten nicht, wer uns das erfolgt und wir wussten nicht, ob diese Person möglicherweise bewaffnet ist. Wir müssen auch, wie ihr sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020